Oh krass, was könnte das sein? Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie bereits angekündigt in den anderen Videos ist hier eine neue Restpostenbox. Eine weitere Mysterybox habe ich schon bestellt. Und ja, die nächste Mysterybox, die kommt, die ist übrigens für euch. Die könnt ihr gewinnen, die Artikel, die da drinnen enthalten sind. Was ihr dafür tun müsst, ist einfach kommentieren und abonnieren. Ihr wisst bescheid. Schauen wir mal, was drinnen steckt. Kurz zu der Box. Die Box hat 150 Euro gekostet. Die sind Amazon-Regulen. Ja. Es scheinen doch viele Sachen drin zu sein, die ich auch wieder verkaufen kann. Und dass sich das alles hier finanziert überhaupt erst. Die Box sollte ich eigentlich erhalten, schon letzte Woche. Aber da der Händler etwas Probleme hatte, hat er sie heute persönlich vorbeigebracht. Und hier haben wir einen Handyhalter für das Auto. Ein Freenet Receiver. Das sind Superpass Kopfhörer. Ja. Was werden die kosten? Einmal. Schon einmal. Ein Tablethalter für das Auto. Oh. Oh krass, was könnte das sein? Ich hab da schon etwas gesehen. Oh, hier geht der Karton auf. Ein. 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 Ja. Ein Kinderradio. Ein. Ein Bausatz. Alle Artikel, die hier drin enthalten sind, könnt ihr auch selbstverständlich bei eBay kaufen, den Link ist in der Beschreibung. Dort ist auch ein Link enthalten über ein Paypal Pool. Alles was dort eingezahlt wird, werde ich davon Restposten oder eine Mystery Box bestellen, was der Löws alles an euch liegt. So, was haben wir hier? Ah, ein portabler DVD Player. Nicht schlecht. Ein Headset. Gut, ich weiß halt nicht, ob das alles Markenprodukte sind. Wahrscheinlich sind das alles keine Markenprodukte. Aber was will man bei 150 Euro auch sagen? Okay, cool. Sorry, ich hab's mir reingewirkt. Ah, ein Solar-Ladegerät. Kann man auch ergeblich anscheinend das Auto mitladen. Was ihr seht. Okay. Krass, man wird auch nochmals errascht. Ein Blutdruckmessgerät. Ja, ein Blutdruckmessgerät hatte ich auch schon in der Mystery Box, die ich bei Saturn bestellt hatte. Dort war der Gewinn nicht wirklich gut. Eher Minus. Eine Digitalkamera. 21 Megapixel. Nochmal Kopfhörer. Ja, ziemlich hässlich die Farbe. Schuhcam. Ah, das ist eine Dashcam fürs Auto. Okay, okay. Eine Baby-Überwachungskamera. Nicht schlecht. Ein Fitness-Tracker, würde ich sagen. Okay, jetzt muss ich mal draufstehen. Mal hier reingucken. Ein Staubsauger. Okay, krass. Es ist etwas eng hier. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier ist ein Staubsauger enthalten mit Wandhalterung. Sonst hört man mich nicht mit Wandhalterung. Ja. So, dass ich mal reingucken kann. Cool, ey. Ich muss sagen, das hat sich jetzt schon gelohnt. Ich muss sagen, die Restpostenpakete sind deutlich besser, wie die Mystery-Boxen. Nochmal Kopfhörer. Nochmal. Nochmal. Ah, eine Sofortbildkamera. Ah, eine Sofortbildkamera. Herz-Rad-Sens. Okay, also ein Puls-Messgerät wahrscheinlich. Was ist denn hier? Ein Headset, aber... Nö. Okay. Ein schon gebrauchtes Headset. Ja, gut. Ja, gut. Ist ja auch genau so ein Halt-Retouren, aber... Das wird nicht so ein passivtes Ding sein. Ja. Ein... Stromgerät, wo man einen Zigaretten- und Zünder anstecken kann. Verlass man das glaubt. Eine Maus. Ich würde sagen, wieder eine Fitness-Uhr. Von TomTom. Ähm... Ah! Ah, sowas kenn ich. Doch so rum. So rum. Das ist, ähm... Das ist... Ein Mini-Klimaanlage. Das ist wohl auch gut. Ich... also... Man sieht, es ist warm hier. Sehr warm. Ich musste jetzt auch die Fenster zu machen. Da ihr sonst von den Straßengeräuschen so viele Stellgeräusche habt. Eine Soundbar. Okay, cool. Was ihr seht. Gut, alle Kartons sind halt beschädigt, aber... Das ist... Eine Kamera, würde ich sagen. Security-Kamera für außen. Ein Wecker. Okay, das ist so ein deutsches Badenspiel. Also von der deutschen Badenspiel. Naja, wenn sowas spielt, okay. So, dann haben wir noch zwei Artikel. Nochmal Kopfhörer von Hammer. Günstige Marke halt. Und... Nochmal Kopfhörer. Die sehen aber eigentlich ganz cool aus. Ich brauche immer welche. Ich werde sie mal testen. Ich hoffe ihr seht mich noch. Hier ist alles zugestellt. Ja, zu meinem Fazit. Also... Ich würde sagen, das hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Es sind viele Artikel. Es ist doch nicht so viel Kleingram, wie ich erst gedacht hatte. Weil dort stand drin, das sind immer Ritualen von... Wert von 2 Euro bis 50 Euro. Aber das ist doch deutlich besser, wie ich dachte. Also auf jeden Fall. Ich werde mal schauen, was die Sachen so wert sind. Und werde sie in Ebay reinstellen. Ihr könnt gerne unten auf dem Link dann klicken. Vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren. Lasst ein Like da und kommentiert. Freut euch auf die nächste Box. Schaut auch meine anderen Videos. Es wird euch gefallen. Hoffe ich zu Ihnen es. Ciao. Bis zum nächsten Mal.